hallo leute ja die karavane ist immer noch da unsere leute sind auch am pennen wir müssen gucken das war das buch lesen was ihr liest das war direkt dran da müssen wir noch mal reingucken ob wir noch einen anderen haben der vielleicht schneller lernen will kochen das weiß ich noch nicht da müssen wir mal schauen ich würde sagen logo und dann geht es auf dem vollbildschirm so gucken wir doch mal bei veli rein bio muss kochen kochen ist eins und kein flamme dran hier ist auch keine flamme dran sie hat drei und keine flamme dran und er hier was hat er hier er hat kochen zwei und keine flamme dran ok das heißt red run sollte dieses lesen und da müssen wir mal gucken das machen wir mal zu ihr und beschleunigen wir gerade die zeit dass die aufwachen so page ist schon wach die ist auch gleich was ok so die ist fertig noch schneller so red run ist auch wenn red run gegessen hat dann soll sie mal das buch lesen so sie soll das buch lesen damit sie vielleicht beim essen besser wird jetzt wird hier gefüttert oder was ach so er ist noch verletzt aber der ging doch schon durch die gegend oder naja wenn es denn so ist dann geht sie vor schneiden dieses buch warum macht sie das nicht kann ich das irgendwo sehen warum sie es nicht macht forscht dann würde ich mal sagen schauen wir mal warum sie nicht das buch liest oder lesen jetzt nur während sie keine arbeitszeit haben das könnte natürlich auch sein der zuweise nicht zeitplan war das mit dem schilder hat noch kein zeitplan heimatbereich ist schon da arbeiten entspannen 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 alles also er macht sonst auch alles arbeiten so machen wir das mal hier ne das ist schlafen ne ja gebiet 1 das ist ein gebiet 1 da ok ja ich weiß nicht wann red run das buch liest stufe 2 machen wir mal da sind 6 mahlzeiten das ist schon mal gut er hier wird genesen wahrscheinlich schussnaube prellung und schnitt rechtes bein das wird schon mit der zeit werden ich weiß jetzt nicht was die hier die ganze zeit machen diese viecher sind ein bisschen nervig sag ich mal ne page ist am abbauen jetzt ist er am ernten achso er ist am essen was ist jetzt überfall also im endeffekt nicht schlimm weil ich war aus stahl schlecht weil wir haben gerade besuch ne und das soll eigentlich jetzt nicht so die gefahr sein dann hier ist unser lager ok wir können nicht schneller machen weil wir gerade angegriffen werden aber die passen auf uns doch auf oder das hier können wir das wegtragen was macht red run jetzt da 55 krieger waffe rechte schulter auch der ist schon verletzt bedürfnisse bio bergbau und fernkampf und handwerk und intellekt 12 sozial gibt sie nicht wohlfühltemperatur ein kurzer sperrgriff mit langer klingen für mehr spitze ok silber hat er im inventar hat er noch hoch ist nichts drin kann ich schneller machen ja kommt er ne kann er noch schneller laufen so ich hoffe die truppe ist noch da ja ist sie jetzt geh mal rein genau und du geh mal auch schnell rein reinige mal schnell den speiseraum oh das hat ja gerade mal noch so geklappt oder jetzt ist die frage ja ich habe das damit gerechnet wo ich das gerade gedacht habe dass wir nichts tun machen weil lebt ihr noch tot ist tot erlauben ne ist erlaubt soll dann hier beerdigt werden wird wohl irgendwer gleich machen oder ja zur falschen zeit am falschen ort wie soll man das sagen ne er macht jetzt hier sauber das ist auch ok da unten weiß ich nicht das hat er jetzt gemacht ne ja forschung abgeschlossen über lebensration ok perfekt für die reicht wo ist denn das buch das buch ist jetzt weg ach ne das liegt da ok er macht immer noch sauber ne ne erst wird noch sauber gemacht Laura oder wieso ist hier alles blutig er verliert Blut oder rotig aus bis du geheilt bist so sieht es aus fütter den mal die Handelskabran der Fraktion zieht weiter ok zum Glück sie kocht das ist auch gut versuch um quasi sich ganz gut um jetzt sehen wir in Sofie? Was ist Sophie? Achso, die sind noch von Lingens, das ist die Nachhut wahrscheinlich, oder? Die jetzt aber auch gehen. Ja, passt schon. Wo ist mein vierter? Dritter? Fili hat da jetzt irgendwas gemacht. Dann kann Fili mal hier. Beerdige den mal bitte. Fili macht sauber. Gut, was macht sie? Vielleicht kann man das ja noch gebrauchen. Was ist denn er denn für eine Waffe? Gar keine, ne? Was macht er jetzt? Reinige mal deinen Raum her. Wo sind die anderen? Page liegt da rum. Die kann hier mal sauber machen. Redrun? Ich höre schon das Hufallenspiel. Redrun soll das Buch mal lesen. Ich weiß aber nicht, ob sie es tut. Schlafen ist jetzt angesagt. Na super. Dann geht sie jetzt sowieso sofort schlafen, oder? Ah nee. Kaputte Kleider. Okay, da müssen wir uns auch noch drum kümmern. Das wird schwer genug. Aber Redrun lernt gerade. Ich hoffe, er hat gleich hier die vier. Ah, Lernstufenwortschritt. Er geht hoch. Seht ihr das? Okay, das dauert natürlich bis 4000 da ist, ne? Die Häschen schlafen alle, Page schlafen? Naja, nicht alle sind am schlafen. Irgendwer macht nur Hufversenwerfen, Feli, okay. Page, sagen wir lieber. Also. Geh mal schlafen. Wie weit ist er fit? Körper müssen wir. Der hat ihn doch noch erwischt. Ah. Naja, aber das wird schon werden. Hier ist kein Feuerholz mehr drin. Oh, hier haben wir die Ziegen, ne? Wer ist das? Das Fohlen und das Pferd, okay. Wir haben nur noch eine Nahrung. Okay, lass mal schneller laufen. Ja, wurde gespeichert? Ist es Mitternacht gewesen dann oder was? Okay, Erdbeer sollte jetzt mal langsam aufstehen. Page. Und die holt sich jetzt was zu essen oder wie ist das? Nee, das ist nicht die letzte Nahrung. Na ja, wird schon werden mit dem Essen oder? Lass mal Stufe 2 laufen. Was macht sie jetzt? Weiter abbauen wahrscheinlich, oder? Aber wo geht's hin? Ah, da oben, weil da noch zwei Stellen sind. Ja, lass die mal gerade machen. Der Hund wird auch gefüttert, glaube ich, ne? Ist das denn richtig so gesund? Wann macht's Essen? Na, kochen, ne? 686. Ist das hier Plastal oder so? Ja. Hat er schon sein Zimmer? Eigentlich ja, das ist hier das Zimmer. Aber das ist auch doof, weil das wieder durch die Dingens ist, ne? Dafür machen wir hier oben eigentlich das Zimmer. Wann macht was mit Holz? Also die Fackeln. So, du machst jetzt hier mal sauber, weil da sieht's zum Beispiel ganz schlimm aus. Okay, dann einige Küche. Er geht lesen, tatsächlich. Ich hoffe, das Buch verbraucht sich nicht, weil... Aber 1274, da kriegst du natürlich schneller die Stufe 2 hin, ne? Und er will gerne kochen, so wie's aussieht. Und... Naja... Was ist das? Ah, da wird hier was fertig gebaut jetzt. Okay, dann heißt es, dass wir hier jetzt... Architektur... Feder abreißen... Ne, abreißen ist es nicht. Gestein abbauen. Was haben wir denn hier? Nähtisch haben wir hier auch schon, okay. Da bräuchten wir mal noch möbeltechnisch was. Eine Bandfackel vielleicht hier so. Er baut schon ab, okay. Ist ja dann so fit. Knapp daneben ist auch vorbei, ne? Ah, das... Ist nur noch mit der Schussnabe unterwegs, dann geht's, ne? Vier Stühle, ne, passt. Er isst gerade, gut. Jetzt macht er da weiter, das ist auch gut. Das Essen... Die Kartoffelpflanzen sind gleich fertig. Und der Reis... hat... befallen. 93%, das ist schlecht. Wachstumsrate 0. Und was ist denn das befallen? Oh, das ist aber... Kartoffelpflanzen, Trefferpunkte, Nährwert... Was ist das mit dem Dingens? Hier steht aber nichts mit Befallen. Ich sehe hier leider nicht mit dem Befallen, wo das hier irgendwo aufgeführt ist. Okay... Die wachsen heute von Faktoren, wir beruhen Feuchtigkeit, Temperatur, Licht... und wir werden sie beeinflusst. Eigentlich ist die fertig, okay? Hier steht jetzt nichts, was nicht funktionieren kann. Okay, wollen wir hoffen, dass das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, ne? Was macht er? Er pennt jetzt da? Weil das ein Krankenbett ist, ne? Wie weit ist denn sein Raum? Okay, noch nicht weit genug. Kann man das priorisieren? Kann man das priorisieren? Wärmeanzeigen. Aha. Aha. Okay, den zeigen. Okay, wo ist denn jetzt grad hier das Minus gewesen? Achso, dann wenn ich den da mache, okay. Also hier ist nicht so attraktiv, ne? Okay, äh, ja. Was wollten wir machen? Mal schnell da drauf. Achso, wir wollten ihm das Bett zuweisen, aber er hat noch kein Bett, weil er noch gebaut werden muss. Wir wollten priorisieren. Das war's. Was jetzt wieder passiert? Hm. Stute 1 ist tot. Jetzt auch nur noch das Fohlen, ne? Männliches Fohlen und das war ein Weibchen. Das ist schade. Oh, wir machen mal zu schnell hier jetzt gerade. Vorhin ist Kartoffelpflanzen. Ah, hier ist es. Okay, ja, das müssten wir jetzt mal schnell machen, ne? Zum Ort springen. Die sind alle befallen wahrscheinlich, ne? Wer weiß, wie lange das da schon steht. Und hier ist auch der Befall. Da habe ich keine Chance, ey. Hm. Was machen wir mit den Kartoffeln dann? Er hält zwei diese Kartoffelpflanzen. Aber die kann ich alle wegschmeißen. Genauso wie das. Alle Pflanzen mit Fohlenes entfernen. Alle Pflanzen mit Fohlenes entfernen. Äh. 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 Zona. jetzt habe ich die zone jetzt werden die alle weggemacht ach die sind auch jetzt glaube ich durchgestrichen das heißt die werden alle vernichtet hier ist eine einzelne Anbauzone wie kommen die da hin ok die werden jetzt alle weggemacht ich hoffe dass wir das irgendwie hinkriegen mit Wertsachen komme ich sowieso nicht hin ok aktiv ja das hat man ja schon versucht mal irgendwie da hinzukommen aber das klappt ja nicht ne personen und tiere wenn wir die beiden da mal hinschicken was sollten wir denen noch mitgeben irgendwas etwas zu essen reisevorräte haben sie glaube ich dann automatisch oder ja kann nicht das ist geht immer noch nicht hier irgendwas ist hier faul also das ist das ist das ist So, das haben wir jetzt, die beiden sollten dahin, weise Vorräte entsenden und geht immer noch nicht. Ja, das haben wir schon gehabt, macht keinen Sinn, ne? Ja, weiß ich nicht, ist halt so, können wir jetzt nicht ändern. Ist da eine Pause drin, oder? Ja. Die kann jetzt Krankenstation mal reinigen. Wie sieht es denn aus? Hier oben ist schon Heile gemacht worden. Okay, das heißt, reinige diesen Raum. Was haben wir hier eigentlich für den Boden drin? Können wir das hier unten links sehen? Da ist es dunkel drin, ja, ich weiß nicht, hier? Da ist ein Holzboden drin. Jetzt können wir die Holzauflage, alles klar. Hier ist doch noch Holz, oder? Wer kann da schon mal Holz hacken, ne? Hier müssen wir auch noch was machen, ne? Vorher schon kurz zu Ende, oder wie wäre das? Lange Klingung, Drogenherstellung, Elektrizität, verbesserte Lampen, Hydrokultur, Maschinenbau, Sprengfallen, Löschbaum, Schaum, Solarmodul. Geothermierer, Fernseher, Mikroelektronik, verbesserte Lampen, Diversportraffinierer, vielleicht das Solarmodul bauen? Machen wir mal. Jetzt schlafen wieder alle. Können wir auch Vollgas machen, ne? Und, oh, ich sehe schon, wie die Zeit wieder fortgeschritten wird. Wir können dann auch definitiv eine Pause machen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, welches nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.